Die Frage, die zu klären ist, ist ganz einfach. Wer hat bei wem einen Vertrag? Das ist nicht ganz einfach, weil es gibt sehr viele Zwischenstufen. Es gibt also, mal prinzipiell ausgedrückt, die Welt gehört uns Menschen. Punkt. Sie gehört keiner Firma, keiner Organisation, sondern sie gehört uns Menschen. Wir haben nur einen Verwaltungsauftrag erteilt, stillschweigend, Vertrag, irgendeiner Organisation, die wiederum eine oligarchische Struktur aufgebaut hat. Oligarchisch ist eine Verwaltungsstruktur, mehr nicht. Diese Verwaltungsstruktur ist betriebswirtschaftlich organisiert, also umsatz- und gewinnorientiert. Das heißt, sie können nicht einfach dahin wursteln, ob sie Gewinne machen oder nicht, spielt keine Rolle, sondern sie müssen umsatz- und gewinnorientiert sein. Das ist unser Kernproblem. Diese Verwaltungsstrukturen, die geschaffen wurden für die Verwaltung der einzelnen Elemente, wie Arbeitskraft, Gebieteverwaltung, Geldverwaltung, ich nenne jetzt nur mal Beispiele UN-Gebietsverwaltung, United Nations, dann die ILO, International Labour Organization, das ist die Arbeitskraftverwaltung oder es gibt die JUPO, Universal Postal Union, das ist die Postverwaltung, der Weltpostverein, wobei der Weltpostverein ganz andere Rechte hat, als wir momentan wissen. Das ist eben kein Verein, das ist ein bisschen mehr. Da komme ich aber später noch drauf, in diesem Verlaufe dieses Clips. Wir müssen uns darüber klar sein, die verwalten für uns diese Welt und geben Unterverwaltungsaufträge, regionale. Ich nehme das Beispiel der JUPO, des Weltpostvereins. Die haben einen Unterverwaltungsauftrag an die Bundesnetzagentur erteilt. Die Bundesnetzagentur ist zuständig für alle leitungs- und funkbasierenden Versorgungen, wie Telefon, Wasser, Strom und so weiter und so fort. Überall, wo das gemacht wird, ist die Bundesnetzagentur zuständig. Das heißt, wir haben einen Versorgungsauftrag, weil wir haben einen Vertrag. Der Vertrag lautet, ihr verwaltet unsere Werte und im Gegenzug werden wir von euch versorgt. Das ist ganz einfach, das ist ein Deal. Das heißt, diese Organisationen geben jetzt eine Unterlizenz an diese Organisationen, die sie Staaten nennen. Das sind Verwaltungsfirmen, regional operierende Verwaltungsfirmen. Und diese regional organisierten Verwaltungsfirmen haben eine Lizenz für die Gebietsverwaltung, für die Werteverwaltung, auch kollateral genannt, und für die Arbeitskraftverwaltung und so weiter und so fort. Das heißt, die verwalten die Werte für uns, mehr nicht. So, da sie diese Werte verwalten, können sie das auch wieder nicht auf der oberen Ebene machen, in der Firma, die sich Staat nennt. Das wird also nicht von Berlin in unserem Fall ausgeregelt, sondern es wird wieder unterverteilt. Und die Unterverteilung in diesem Fall sind die Gemeinden und Städte. Und diese Gemeinden und Städte sind dafür zuständig, dass sie eine Vertragsbestätigung bekommen von uns für diese Verwaltung. Sie gehen jetzt also hin und sorgen dafür, dass wir die Wasserversorgung bekommen, die Stromversorgung dafür und so weiter und so fort. Das, was ich bemängeln muss dabei, ist, dass dieser Staat als Verwaltung nicht offen spielt. Es ist nicht transparent, es ist nicht zu erkennen. Es könnte offen gesagt werden, worum es geht. Und dieser Unterverwaltungsauftrag der Stadt führt zum Beispiel dazu, dass die Stadt jeden Monat, Entschuldigung, jährlich ein Etat bekommt für die Versorgung der Menschen. Das nenne ich immer Kopfgeld, so lustigerweise. Das heißt, die Stadt bekommt das Geld bereits, das nennt sich ein Kredit. Sie bekommt also Kredite zur Aufrechterhaltung der Verwaltungsstruktur, der Versorgungsstruktur. Also, diese ganzen großen Einrichtungen, die wir kennen, bekommen alle Gelder aus Krediten, die generiert werden unter Nutzung unseres Werteanspruchs, unseres sogenannten Kollaterals. Da werden Kredite generiert, sogenannte Strukturkredite. Alles wird über diesen Weg finanziert und wir werden darüber versorgt und selbstverständlich erwächst uns damit die vertragliche Verpflichtung, Wertschöpfung zu begehen, um im Gegenzug wieder diese Konten aufzufüllen. Es ist ein Geben und Nehmen, was ja auch korrekt ist. Das heißt, wenn dieses System sauber transparent arbeiten würde und klar wäre, wir erbringen eine Leistung für die Gemeinschaft und die Gemeinschaft versorgt uns, wäre das wunderbar. Das wäre der Traum des freiheitlich-demokratischen sozialen Rechtsstaates, von dem alle Menschen träumen. Das Problem ist, wir haben die Parasiten nicht berücksichtigt. Die, die nichts arbeiten wollen und immer mehr Geld verdienen wollen. Aber das ist ein anderes Thema. Dieser Versorgungsauftrag ist nicht wegzudenken, weil sie müssen dafür sorgen, dass wir weiterhin Geld verdienen. Das heißt, wir müssen dieses Ganze am Laufen halten. Wir sind also nicht nur diejenigen, die dies finanzieren, die sogenannten Creditors im Commerce, nennt man das auch, die Kreditgeber im Commerz, sondern wir sind diejenigen, die auch die Energie einbringen. Wir sind die Energielieferanten des Systems. Und wenn wir keine Energie einbringen, bleibt dieses System stehen. Dann passiert nichts mehr. Es ist also auf der einen Seite unsere Verpflichtung gegenüber der Gemeinschaft, weiterhin unsere Energie einzubringen. Aber wir müssen uns mal überlegen, welche wirtschaftlichen Interessen im Hintergrund stattfinden. Der Faktum ist einfach der, dass in diesen oberen Strukturen Gelder generiert werden, von denen wir gar nichts wissen. Alles, was wir tun, alle Verträge, die wir abschließen, werden genutzt, um in den oberen Bereichen wiederum Gelder zu generieren. Ich bringe ein Beispiel. Ich schließe eine Lebensversicherung ab. Nur als Beispiel. Diese Lebensversicherung beinhaltet, dass ich sterbe und dann fließt Geld. Das ist eine Obligation. Dafür gewähre ich der Versicherung jeden Monat eine Prämie. Warum auch immer man einen Versicherungsbeitrag als Prämie bezeichnet. Da könnte man ja mal drüber nachdenken. Was bedeutet das? Ich unterschreibe einen Vertrag, dass die Versicherung eine Million Euro an meine Nachkommen bezahlt, wenn ich sterbe. Dafür bezahle ich jeden Monat, ich nenne jetzt einfach mal die Risikolebensversicherung, ich zahle jeden Monat 100 Euro ein und dafür gewährt man diese Bank diese Sicherheit für 25 Jahre. Das ist eine Obligation. Diese Obligation geht sofort in den Obligationshandel. Die Bank macht daraus sofort eine Million Euro, weil ihr zahlt ja jeden Monat eine Prämie ein und diese Prämie wird aufgeteilt zwischen den Investoren und der Versicherung und dort liegt das Geschäft. Das heißt, die Bank hat sofort, diese Versicherung hat sofort eine Million zur Verfügung aus Investoren, die hat das Geld schon da und dann über diese 25 Jahre und daraus entstehen diese Geschäfte im Hintergrund. Das ist aber noch das harmloseste Geschäft von allen. Die Frage ist, was passiert mit der Versorgung in der Gemeinde? Da sind wir ja ursprünglich, haben wir ja angefangen. In der Gemeinde ist es so, ihr werdet mit Strom versorgt, mit Wasser versorgt und so weiter. Und wem gehören denn die Stromleitungen, wem gehören die Wasserleitungen, wem gehören diese ganzen Bohrungen? Das ist ja alles unser Besitz. Das heißt, wir werden mit unseren Werten versorgt und müssen dafür auch noch Geld bezahlen. Da frage ich mich natürlich ganz klar, was fällt Ihnen eigentlich ein? Warum muss ich für das, was ich habe, bezahlen? Und das ist das Thema, was wir haben, Person, Privat. Privat gehört mir diese Welt, logischerweise, aber nicht öffentlich. Wie schließe ich die Verträge ab? Das geht nur über die Person. Das heißt, die ganzen Versorgungsaufträge, die laufen, gehen über die Person. Diese Person schließt Verträge ab, ich schließe also Verträge ab, über die Unternutzung der Person. Es gibt die übergeordneten Strukturen, die die Verträge haben für die Versorgung, die den Auftrag der Versorgung haben, die sie wiederum unterdelegieren. Und nun ist es so, dass zum Beispiel die Bundesnetzagentur ist verantwortlich für alle netzbasierenden Versorgungen. Das hatte ich schon gesagt. Gut. Aber wir haben da jetzt so ganz komische Strukturen wie EnBW oder Poststrom oder E.ON. Die machen sich Konkurrenz mit Strompreisen, weil sie ja irgendwie in Konkurrenz sind. Dabei sind das nichts weiter wie die Inkassobüros. Sie treiben das Geld nur ein, mehr nicht. Der Versorgungsauftrag besteht trotzdem. Sie müssen das Geld eintreiben und die Bundesnetzagentur im Hintergrund sind die Verwalter dieser Summen, die dort reinkommen. Auch die ganzen Wasserwerke und was auch immer, es sind immer im Hintergrund Strukturen, die dieses Geld einsammeln. Was passiert mit diesem Geld? Ja, ganz einfach. Es sind unsere Renditen. Wir, die Menschen, stellen doch die Ressourcen zur Verfügung. Es sind unsere Ressourcen. Das heißt, der Versorgungsauftrag auf Gegenseitigkeit basiert immer darauf, dass einer die Ressourcen erschließt, zur Verfügung stellt. Wir nutzen sie und dafür sind wir für die Dienstleistung verpflichtet, eine Gegenleistung zu erbringen. Und deshalb ist diese Struktur auch aufgebaut. Das heißt, auf der einen Seite ist das Ganze mit unseren Krediten finanziert. Auf der anderen Seite erwächst uns daraus ein Versorgungsanspruch, Obligation, Leistungszusage auf Gegenseitigkeit. Und im Gegenzug müssen wir dafür auch was erbringen. Das heißt, Kommerz ist nicht dafür gedacht, dass wir uns jetzt einfach sagen, ich zahle nichts mehr. Das ist nicht mehr, das ist nicht mein Fall. Ich habe nie einen Vertrag abgeschlossen. Wir müssen uns überlegen, mit wem haben wir Verträge und warum. Wo ist unser Benefit, unser Vorteil und wo ist unser Nachteil? Und wo hat man uns über den Tisch gezogen und wo nicht? Also Kommerz gilt es auch abzuwägen, was ich tue oder nicht tue. Und es ist nicht meine oder unsere Aufgabe, dieses System in den Grundfesten zu erschüttern, sondern wir müssen uns überlegen, warum haben wir uns in den goldenen Käfig gesetzt und beschweren uns nun, dass man uns langsam aber sicher das Wasser abdreht. Und darüber sollten wir weiter diskutieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017